Willkommen zurück. Wir fahren jetzt gleich zum Händler weiter. Wir sollten hier auf jeden Fall dann sichern. Dann sind da keine Zombies bzw. fliegen die alle gleich in der Luft. Bis zum nächsten Mal. Hey? Ah doch. Wollt schon sagen. Hallo. Hallo. Ich representiere Red Talon. Ich glaube, ihr kennt uns. Fantastisch. Brumm 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 brumm. 1250, dann will ich vielleicht doch nochmal... Waffen kaufen. Können wir den Kofferlohn packen. Ja, und die Munition kommen wir zu jetzt. Wir können die zwei jetzt herstellen, aber... Würde ich gerne trade? Das klingt gut. Oh. Wir sind ja pleite. Ich habe voll die ganze Zeit auf den falschen Einfluss geguckt. Okay. Dann haben wir das auch abgefrühstückt. Ich überlege gerade, ob ich jetzt einfach mal... ...mir wieder so einen solchen Herz vornehmen soll. Sie ist noch ein Bürger. Sie ist noch ein Bürger. Sie hat aber nicht mehr viel. Dann wäre sie wahrscheinlich ein Held, oder? Vielleicht machen wir mal eine Hordeplatte und gucken, was passiert. Wenn sie dann ein Held ist, dann würde ich vielleicht mit dem nächsten das solchen Herzplatten machen. was Sie arbeiten? Ja. Aber das ist Hogarshow. DO Sie ist noch ein Held, oder? In der Infineität. Natürlich zu uns machnen, muss man nome besser. Wie, woser ist die Held? Ja hallo Aha Und schon ist ein Held So, transferieren, transferieren Ach ja Habe ich hier nicht noch mal Ähm Das ist ziemlich schwer Sorry, can't carry that Sorry, can't carry that So, dann packe ich gleich ein paar aus hier noch Gemeinschaft Äh, so Händler Baumeister Ach, jetzt sehe ich zumindest Das habe ich letztes Mal gar nicht so beachtet, ne Führerschaft Er wäre ein Kriegsherr Er wäre ein Kriegsherr Dann würde ich vielleicht mal ihn nehmen Ah Wir sorgen durch Stärke für Frieden Bau ein Waffenarsen Aber für nicht alle Bedrohungen von außen Okay, achso Ach, gibt auch gleich ein Achievement Guck an So, jetzt können wir ja Quasi Was wollte ich denn hier bauen Das Ding, das Waffenlager Dann kann ich das hier noch aufmotzen Gut, dann kann ich sie ja doch noch Nehmen, wa Ich würde bloß interessieren Wie lange dauert denn das mit dem Bau überhaupt Viertelstunde Dann können wir ja doch mal Das nächste solchen Herzen Angriff nehmen So Nehmen wir gleich das Aktive Dann Was ist das? Reloading. So, reizen solchen Zombies ganz jetzt noch. Dann nähern wir uns auch mit den großen Schritten wieder am Ende. Dann kommen zwar wieder noch, keine Ahnung, fünf Nebenmissionen für den Kriegsherrn. Ich bin mal gespannt, ob das anders läuft als mit dem Sheriff, wäre natürlich cool. Andererseits, ich kann mir nicht vorstellen, was da großen Unterschiede sein soll. Wenn der Anführer quasi nur entscheidet, was man vielleicht noch zusätzlich bauen kann, welche Boni man hat, das ist zwar ein nettes Gimmick, aber auch halt nicht. Ich habe nicht ein Waffenlager gebaut? Ach so, ist er gerade im Bau, okay. Aber man merkt tatsächlich doch den Unterschied bei einem solchen Gebiet, ne? Beziehungsweise vielleicht auch, weil es aktiv ist, das solchen Herz. Hier ist viel mehr unterwegs. Ich will nicht mehr unterwegs sein. Ich will nicht mehr hier sein, als ich muss. Ich glaube, es ist fast. Ich glaube, es ist fast. Ich glaube, es ist sehr gut. Ich habe es geschafft. Wie geht es da? Wir können hier ein paar Backup nutzen. Neue Missionen, was, was, was? Wir sind ein Freak. Ach da. Time to be loud. Wie viel kann der denn ab, bitte? Ich muss loswerden. 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 Oh, ein Toolkit. Ich muss loswerden. Schrauben, okay. Okay. Okay, nicht... Ah, verflucht. So, da draus, da draus, da draus. Pulkit verbauen wir gleich. Hm, der Tank ist auch schon leicht leer. Gut, und dann gibt's hier erstmal wieder ein Folgenpäuschen. Spitze, bedanke mich. Bis denn.